hallo und herzlich willkommen hier zurück zu sudden strike 4 mit dem dlc pacific war in der letzten schlacht auf seiten der amerikaner nämlich die schlacht um imu jima und mein namens der hat und ja schön dass du dabei bist und wir gucken uns das ganze mal an schlacht um imu jima wie immer gilt wer es lesen möchte pausiert das video und kann das ganze nur durchlesen und ja das scheint jetzt richtig übel zu werden und wir schauen uns das ganze mal an wir haben jetzt noch vier punkte zu verteilen ich glaube ich bleibe bei dem chester wie nimitz veteranen entdeckung weniger verwundbar ist vielleicht auch nicht schlecht auf allgemein aber zehn prozent ach komm wir nehmen die veteranen mit greifen sie die japanische verteidigung beim berg suribachi an nehmen sie den flugplatz in der nähe unserer landungszone ein nehmen sie den flugplatz in der nähe der schwefelmine ein finden sie die letzten japanischen verteidiger auf den hügeln und besiegen sie sie oh ja das könnte übels werden ich bin gespannt was uns jetzt erwartet glaube waschen ist nicht letzte schlacht schlacht um iwo jima februar 1945 kommandant ihre aufgabe ist es alle kommunikationsquellen der japaner mit der hauptinsel zu zerstören und dann jede bedrohung an diesem üblen ort zu eliminieren na dann schauen wir mal was wir haben ist schwer mit japanischer artillerie bewaffnet um unsere flanken zu sichern müssen sie die verteidigung des berges zerstören ok minen äh da hinten was haben wir denn hier die leichte panzer schützenpanzerwagen und das sind die elite typis aufkläger ok alles klar ok sehr gut weiter geht's wir gucken mal dass wir jetzt das hier weg putzen können ich glaube ich werde mal nur unsere infanterie nehmen wir müssen erstmal den weg freimachen mal gespannt und reporting for duty alles klar legt euch hin medelkerzen weiter 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 versteckt euch mal wenn man macht immer weg jetzt sehr gut naja geht dahin was haben wir hier ready sir ah panzer typis yes reporting for duty wir warten noch mal ab anti tank soldier ready reporting for duty machen wir folgendes wir gehen mit denen da hin ich will mindestens zwei von denen bei denen hier haben wenn ich nicht genau weiß was uns hier wartet ich könnte natürlich jetzt ähm aufklärung starten mache ich glaube ich auch mal wir wissen was da ist da ist auf jeden fall was gucken wir mal was hier ist jetzt oha panzer abwehrkanonen okay können wir nicht machen müssen wir wirklich mit dings ran ready for battle infantry ready marine radar könnten von da aus infantry ready von der seite aus ich glaube das ist eine ganz gute taktik von der seite aus rangehen attack shoot them okay fire the target fire the target enemy destroy after unit man hat mir noch eins oh shoot them shoot them shoot them shoot them na komm schon ready for battle infantry weiter vor rücken warum wird man ein ding Ja, komm. Immer schön brav die Sicht vernebeln. Die geht mal in die Richtung. Ja? Affirmativ. Die geht mal in die Richtung. 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 Kampf! Weg damit! Ah, sehr gut. Hervorragend! Oh, der sieht gar nicht, dass wir kommen. Granatos. Los, Granate, Granate, wirf die Granate, wirf doch endlich mal die Granate. Ausgezeichnet. Ah, jetzt gehen wir von der Seite. So, Jungs, hier ist auch noch irgendwo einer, oder? Komm. Schauen wir uns das mal an, da oben. Vielleicht können wir die hier von hinten aus angreifen. Aha. Ah, komm schon. Noch einer. Komm schon. Okay, weiter vorrücken. Ah, sehr gut. Die können wir von da oben aus angreifen. Okay, Jungs. Ah, sehr gut. Ohne, hinten ist auch noch welche. Attack! Tempautai, uten! Tempautai, kaputt! Tempautai, kaputt! Okay, weiter ran. Tempautai, uten! Tempautai, uten! Schuhe sie! Ja! Möcht' sie! Gute Arbeit, Leute. Dank ihrer Anstrengungen konnten unsere Brückenköpfe erfolgreich errichtet werden. Sehr schön. Oho. Unsere Sturmboote sind unterwegs. Beladen mit Shermans und mehr Infanterie. Sie müssen die Funkkommunikation auf einem der Flughäfen mit dieser Verstärkung ausschalten, Kommandant. Okay. Fahrt, Leute. Fahrt. Verstärkung eingetroffen Okay, alles klar So, okay, nehmen wir den Flugplatz an Okay, wir müssen erstmal weg hier Ja, mach mal Weiter, weiter Ja 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 Destination Komm schon Leute Alter Ja, hier ist was los Okay, hier ist auch noch was Fällt mir Okay, komm schon Scharfschütze, Scharfschütze Komm schon, ich brauch mal einen hier Besatzungsmitglied Komm, hol den mal Wir sind bereit, Herr Medik Ordner Na los, hol dir den Los Ja Hier bleibt da, das ist in Ordnung Satanpanzer Das ist, der Name ist schon echt mies, ey Ja, hier sind's Scharfschütze Scharfschütze Gut, okay, wir müssen uns hier weiter durchfighten Äh, die könnten wir doch eigentlich auch jetzt ranholen, oder nicht? Bereit, Herr, gott Mit den Jungs hier Wollen wir da weiter ran? Wollen wir da weiter ran? Ich weiß es grad gar nicht Auf den Weg Infanterie bereit Infanterie bewegt Infanterie, auf den Weg Nehmen sie den Flugplatz ein, ja da ist doch was Das könnte mir doch gefährlich werden So, hier bleibt mal Steht mal auf Oh Oh Komm schon Helfen wir unseren Kollegen hier so ein bisschen Okay, wir gehen mal in die Richtung Infanterie bewegt Hier ist noch ne Mine Alles klar Okay, da ist richtig Rambazamba Wir kämpfen uns mit denen ins So durch Transportlaster Wir könnten natürlich versuchen mit denen auch Da so zusammen zu kommen Wäre natürlich auch ne Möglichkeit Aber Wir machen es mal ganz anders Wir versuchen mal von der Seite aus weiter zu kommen von der Seite aus weiter zu kommen Brenn sie Brenn sie Brenn sie ab Fackel sie ab Ja, hier muss auch irgendwo noch was sein Okay, die haben wir Jetzt können wir mit denen ein Stückchen vorrücken Ja, sicher Aber wirklich nur minimal Genau, macht die mal aus der Ferne kaputt Das ist in Ordnung Ja Fahrzeug ist operativ Infanterie auf den Weg Da ist noch was Hinlegen Na, macht den weg Hier, komm Der brennt schön Halt, 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 halt Halt, halt, halt Da wollte er uns doch glatt in so ein Minenfeld reinführen Geht ja gar nicht Geht ja gar nicht Okay, da ist ein Weg Da Wir müssen uns wahrscheinlich wirklich von hier durch kämpfen beziehungsweise von da aus Okay, ab in den Bunker ugend Bewertung 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 Bisschen weiter vor Rutten Unf Tah WAI Bewertung Peer Cook Hey, der ist weg. Aehm, Feuer! Komm schon. Hey, wir müssen mit denen irgendwie durchbrechen. Das wird schwierig genug. Ich möchte gerne zu denen durchbrechen. Komm, mach's weg. Reparieren. Okay. Okay, weiter folgen. Ja? Das wird schwierig genug hier. Anstrengungen. Schuhe sie! Schuhe sie! Komm schon. Ich will zu denen hier vorrücken, damit ich mir die holen kann. Gehen, Herr. Schuhe sie! Any orders, Sir? Okay, Jungs. Mach die weg, genau. Das macht er gut. Reparieren für duty. Schaut her! Ja, Sir. Ready for battle. Ja, Sir. Komm, rein. Mach' den weg, ja. Fahrel! 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 Das Fahrzeug ist operativ. Bum, brennen weg hier. Hui, hui, hui. Okay, aufstellen. Geh mal hin da. Sind wir mit denen hier wieder vereint? Das ist in Ordnung. Ah gut, hast du ihn hierzu? Nehmen Sie Flugplatz Nummer 1 ein. Okay, das ist ja alles schön und gut. Wir müssen aber zwei Flugplätze, glaube ich, einnehmen. Okay, alles klar. Marsch, marsch. Schützenpanzerwagen, ähm... Grenadier. Versorgungsfahrzeug. Okay, Schützenpanzerwagen. Alles klar. Okay, Jungs. Alle stehen sie auf. Und los geht's. Rück mal ein bisschen vor. Man, 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 man. Rösten, rösten, rösten. Okay, reparieren. Okay, sehr gut. Schön piano vorwärts gehen. Oh. Okay, der ist aber... Der ist noch einer. Infanterie moving. On the way. Target in sight. Okay. Alter, Falter. Das ist aber auch eine miese Aktion hier, ganz ehrlich. Okay. Ah, hier, okay. Come, Sean. Fire at the target. Auf uns mal eine Nedelwand. Auf uns mal eine Gähne. Heils schütten. Auch auf uns mal eine Gähne. Das sind wir. Ah, ich bin. Ich bin. Los! Oh, komm, mach den noch weg. Oh, ich. Unsere Mission ist noch lange nicht vorbei, Leute. Es hat oberste Priorität, die gesamte Insel einzunehmen. Koordinieren Sie einen Angriff auf den nächsten Flugplatz. Ja, würde ich gerne machen. Noch ein Sturmboot mit weiteren tapferen Marines ist unterwegs. Gut. Stellt euch mal auf, da ist der nächste Flughafen. ... dass mehrere japanische Infanterieeinheiten sich auf Höhe 362 und Höhe 382 verstecken. Sie müssen alle gegnerischen Truppen in diesen Höhlen eliminieren, Kommandant. Mhm. Was haben wir denn in der Bodenkampfflugzeug? Ein Einser. Ach du meine Güte. Okay, wartet mal kurz. Wir machen die mal auf STRG 1. So, hier zwei. Was haben wir denn da? Raketenlastwerfer. Okay, geil. Die sind super. Können wir gleich mal benutzen, um die Bunker hier auszuschalten. Apparaturfahrzeug. Apparaturfahrzeug. Exzellent. Versorgungsfahrzeug. Schützenpanzerwagen. Flammenwerfer. Ah, das wird ein heißer Kampf hier noch. Yes, Sir. Okay. Verstärkung eingetroffen. Transportlaster. Got it. Okay. Alles klar. Flammenwerfersoldat. Sehr schön. Ich brauche meine Sichtweite. Perfekt. Wir machen das aus der Entfernung weg, das ist wunderbar. Wir sind bereit, Sir. Okay, wir gehen mal hier gucken. Hier wird natürlich auch wieder eine Menge sein. Gehen. Stopp. Warten wir mal. Wir versuchen mit denen über die andere Seite zu kommen. Any order, Sir? Hervorragend. Infanterie, auf den Weg. Gehen. So muss das sein. Okay. Feuer frei. Yes. Aeim. Feuer. Infanterie, moving. Any order, Sir? Wir gehen, Sir. Enemy. Feuer. Feuer. Woa, 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 woa. Weitere orders. I'm shot. Kill'em. Attack! Yeah! Reparieren. Mein Gott. Okay, der ist schon leer. Das ist schlecht. Scheißverkackte Minia. Okay, jetzt zieh dich mal zurück. Feuer. Okay, Jungs. Ähm. Sch-Schütze. Der ist leer. Ah! Any order, Sir? Fahr mal zurück. Schützenpanzerwagen. Any order, Sir? Come on! Orders? Infanterie ready. Waiting orders. Yes. Machine gun moving. Okay, Jungs. Ready for battle. Ihr seid meine... Speereinheit. Moving, Sir. Fire! Okay, down. Kill'em. Enemy destroyed. So, ich müsste mich mit denen treffen. Dann kann ich den wieder auffüllen. Ich hab dort dann Versorgungseinheit, oder? Ja. Fahr hab ich da. Das müsste gehen. Aber dazu müsste ich mich erstmal hier durchwühlen. Äh... Und wir das packen... Koordinieren... Ready for attack! Komm her! Wir haben es natürlich dann einfacher, wenn wir... Definitiv... Mit dem Raketenlastwerfer vorgehen. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Machine gun moving! auraischum... Oh. Na? Los, komm, mach die fertig. Ich will mich jetzt mit denen treffen und dann nehmen wir die hier auseinander. Ja, wir machen was hier. Ich weiß es nicht. Wir könnten uns... Ja, wir machen da mal weg. Mach mal so. Da ist frei, da ist was. Runter. Hopp dich mal ran. Stopp. Oh, hier geht man da hin. Copy, Tower. Hostile unit spotted. Ja, komm schon. Die Jungs. So, ich glaube den habe ich jetzt ein bisschen verschwendet in einen. Und der ist... Der lebt immer noch. Ja, hopp dich mal vor. Hier steht hier auch noch einer. Flammpanzer. Äh, außerdem hier. Okay, hol dir mal den. Infantrie reporting for duty. Infantrie moving. Der ist leider leicht kaputt. Infantrie reporting for duty. Got it. Aber den können wir wieder aufpäppeln. Ready to attack. Affirmative. Ready for battle. Attack! Ready to attack. Ah, komm. Got it. Infantrie reporting for duty. Kill him! Moving Sir. Waiting orders. Okay, der ist fast wieder. Waiting orders. Hurry up. Fit. Supply truck ready. Orders. Okay. Jungs. Infantrie reporting for duty. Okay. Da hocken wir, hocken wir drinnen. Das ist aber nicht so schlimm. Die kriegen wir weg. Mit den Grenadiern. Ah, Minen. Waiting orders. Orders? Ja. Oh, jetzt geht's rund hier mit Raketen. Oh, jetzt geht's rund hier mit Raketen. Oh, jetzt geht's rund hier mit Raketen. Na, Jungs. Na, Jungs. Panzer. Truck reporting for duty. Come on. Truck reporting for duty. Na, sehr gut. Yes. Shoot them. Target destroyed. Yes. Fire! Okay. Okay, sehr gut. Infanterie, das ist auch gut. Infanterie reporting for duty. Affirmative. Hier geht mal ein Stückchen vor. Infanterie ready. Ah, du robst dich auch ein Stück vor. Ich will wissen, was da ist. Wir machen uns lieber vorsichtig. Bei dem, was ich da noch so sehe, da könnte noch eine ganze Menge auf uns zukommen. Ready for battle. Move, Sir. Stopp. Ah, sehr gut. Come on. Take this. Enemy sighted. Fire! Ah, verpeilt euch. Und jetzt knallt's ab. Shoot them. Enemy destroyed. Shoot them. Ready for battle. So, weiter, weiter, weiter. Any orders, Sir? Yes? Ready, Sir? Stop, 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 stop. Attack! Infanterie reporting for duty. Ah, komm schon. Und zermürben. Porting for duty. Ah, komm schon. Ready for battle. Mann, 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 Mann. Okay, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Dampf. Yes. Reporting for duty. Ah, wo ist denn mein Nachfühlfahrzeug? Yes, Sir. Are you destroyed? Yes, Sir. Yes, Sir. Ah, mach die weg jetzt hier. Ah, komm. Any orders, Sir? Moving. Ready, Sir. Ready, Sir. Okay, Flampanker nach vorne. Yes. Ah, komm. Any orders, Sir? Ready, Sir. Okay, Flampanker nach vorne. Stopp. Moving, Sir. Weiter. Stopp. Ähm, Jungs. Hier ist wieder eine Mine. Any orders, Sir? Shoot them! Shoot them! Ah, mach mal hier überall was hin. Reporting for duty. Na? Hurry up! Hey, Panzer kommen. Wait, orders. Infanter ready. Kill them! Attack! Bullseye! Okay. Volltreffer. Hier ist auch noch irgendwas. Yes? Komm. Kill them! Yes, Sir. Hier muss noch irgendwas sein. Reporting for duty. Come on! Ah, da. Kill them! Weis. Weis. Mach den weg. Mach den weg. Ready, Sir. Oh, TNT. Geil. Target in sight. Kill them! Oh, fuck. Yes! Yes! Fire at the target! Yes, Sir! Yes? Awaiting orders. Oh, 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 oh. Any orders, Sir? Aufheilen! Aufheilen! Ja, Sir! Ja, Sir! Bereit, Sir! Infanterie! Auf den Weg! Ja! Mal reparieren! Ja, wir nehmen die auseinander jetzt hier. Komm schon! Aufheilen! Alter Falter, das wird uns noch eine ganze Weile hier beschäftigen. Okay, der Trupp hier schließt sich mal den hier an. Während der Trupp in die Richtung weiter vorrückt. Aufheilen! Aha. Destruction! Feuer frei! Eine weitere Weile zerstört. Sehr gut, das klappt. Wir teilen uns jetzt ein bisschen auf. In zwei Gruppen. Hier ist noch eine Mine. War eine Mine. Weiter. So, wir versuchen uns dann jetzt den Flugplatz zu holen. aufheilen! Okay. Genau, stellt euch mal ein bisschen ruhig ein bisschen breiter auf. Ich rechne mal damit, dass hier auch noch irgendeine ganze Welle kommt. Also würde ich mich zumindest verteidigen. Wir sind bereit, Herr. Und ich kann gehen. Gehen! Okay, stellt euch mal auf und dann rücken wir ein bisschen fort zu dem Flughafen. Flughafen. Und dann haben wir noch die... Ja, die Berge hier sozusagen. Hier hinten irgendwie. Wie wir auch immer da hinkommen mögen. Hier wahrscheinlich da irgendwie. Äh. Ich brauche mal irgendeinen Typie. Bereit, Herr. Gehen! Bereit, Herr. Okay, wir rücken mal ein Stückchen vor. Gehen, Herr. Der geht erkunden. Das ist in Ordnung, weil wenn da nämlich was ist... Möchte ich da ungern reinrennen? Genauso wie hier auch noch irgendwie eine Höhle ist. Wir sind bereit, Herr. Got it. Möchte ich nicht so gerne reinrennen. Target in sight. Bingo. Fire the target! Fire! Fire! Target destroyed. Okay. Shoot them! Shoot them! Okay. Ah. Pustet die weg. Affirmative. Repariert den. Noch mal keinen Nachschub von Dings mehr, oder wat? Wo ist er denn? Wir sind bereit, Herr. Transport bereit. Nachschubwagen. Marketenlastwerfer. Wir sind bereit für Dutys. Versorgung. Mach mal. bereit für die Krieg. Infanterie. Auf den Weg. Nun gehst mal gucken hier. Das ist mir nicht ganz geheuer. Infanterie. Ah, der fährt da hin. Das ist in Ordnung. Die Jungs. Ihr dürft gerne. Mal das Ding hier nehmen. bereit, Herr. Hurry up! Nehmt erstmal ruhig mit. Warum nicht? Okay. Da ist was drin. So. Versorgungswagen. Wo bist du? Schützenpanzerwagen. Schützenpanzerwagen. Ich hab nur einen Supplytruck. Das ist schlecht. Auf den Weg. bereit für die Krieg. Infanterie. Auf den Weg. Auf den Weg. Mhm. Fahrzeug ist operativ. In Ordnung. In Ordnung. Mit denen. Gucken wir jetzt ein bisschen weiter vor. Auf den Weg. Gucken was da sich so ergibt. Feuer! Mal rösten. Jetzt mach ich hier wirklich eine Art Zwei-Fronten-Krieg. Mann, das führt bestimmt dahinten. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Wir müssen... ...da durch. Na, das ist ja auch geil. Näher ran. Hier rein kommen tun wir da wohl nicht. Oder... Ah, verstehe. Da ist ein Durchgang. Aufstehen. Aufstehen. Okay. Orders. Verdammt. Vehikel ist operativ. Affirmativ. Okay, da ist TT. Ready for battle. Infanterie moving. Attack! Machen wir mal so. Gucken, ob das geht. Truck reporting for duty. Infanterie reporting for duty. Truck reporting for duty. Awaiting Orders. Komm schon. Ready to attack. Ready, Sir. Mal gespannt. Und... Mhm. Komm schon. Ich muss da echt mit Leuten rein, oder wat? Tatsächlich, ich muss da mit Leuten rein. Ist ja ne coole Idee. An sich. Irgendwo ist noch da. Da auch noch. Na komm schon. Na komm, damit haben wir nämlich dann den erst... die erste Höhle weg. Okay, den haben wir. Die erste Höhle. Können wir da rauskommen. Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann gehen wir jetzt mit den Jungs. Äh... Wo ist mein Supplytruck? Was füllen denn mal auf? Dann gehen wir weiter mit dem hier. Vielleicht sehen wir ja was. Vielleicht sehen wir ja was. Wuhu. Sehr gut. So, Jungs. Mit denen müssten wir ja eigentlich weiter rumfahren und den nächsten über uns holen. Ich weiß grad nicht wo der Eingang ist. Ja, den werden wir schon finden. Bin ich mir sicher. Ja. Alter, Alter. Ist das eine anstrengende Mission. Jetzt in sich. Nicht gar nicht mal so unübel. Okay. Okay, du nach hinten. Und der Rest rückt gleich mal ein bisschen vor. Du, mein Freund, rückst weiterhin vor. Bist aber defensiv. Muss wissen, was hier los ist. Ist egal. Da ist auch noch einer von uns. So, okay, Jungs. Holen wir uns den Flughafen. Holen wir uns den Flughafen. Ingeniebaut. 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 Ah, da sind sie schon. Ah, Mann, Raketenwerfer macht das schon. Das ist super. Hervorragend. Sehr gut. Ah, dieser Raketenwerfer, ich liebe es, ne? Ich liebe es. Wir gehen weiter. Ah, wir gehen weiter. Wir sind bereit, Herr. Hast du dich mitgebracht? Aha. Ah, kommt schon. Volle Pulle, drauf. hervorragend weiter vorrücken da ist noch einer ein kleinkram reparaturfahrzeug wo bist du wir haben dich doch noch noch nicht noch nicht leer hier wir räuchern hier alles aus der sind so so die reparieren wir rücken weiter vor hervorragend damit haben wir die jetzt auch erledigt dann gehen wir jetzt mal weiter zu der höhle guck mal weiter 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 reparieren so kommt schon ja ok da sind auch noch welche das kommt schon hallo sehr gut jetzt geht es hier weiter jetzt muss wieder unsere infanterie rein zusehen das war das müsste eigentlich reichen aufstehen stop das gefällt mir nicht mach mal schmeiß meine granate rein schuss sehr gut sehr gut komm fuß sie weg weiter 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 wir kämpfen uns weiter rein weiter, komm der Raketenmesswerfer braucht er nicht draufballern hier haben wir jetzt muss man zu sehen und ich weiß nicht ob wir da lang können aufstehen weiß nicht wie weit wir hier reinkommen vielleicht geht es da weiter sprengladung sprengladung hier geht es anscheinend doch weiter sprengladung ok wir gehen mal mit der gesamten infanterie rein aus dem weg 1 und 2 haben überlebt oder was ist der wahnsinn na gut aufstehen schneller weiter wir räuchern versuchen jetzt damit unseren ganzen leuten das jetzt auszunehmen ich glaube man kommt nur über die eine seite rein ich denke mal wir checken es mal ab einer muss doch immer aus so stoß mal zu dem los ok alle mann aufstehen und macht sie weg wo wo infanterie reporting for duty infanterie on the move affirmative mann mann hier kann sich bestimmt auch noch was befinden hier kann sich bestimmt auch noch was befinden hier kann sich bestimmt auch noch was befinden schmeißen wir die rauchgranate jetzt weiter vorrücken hier ist safe alle aufstehen alle aufstehen schütteln schütteln los weiter 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 attack enemy sighted freundlich rein seh nix seh nix aha seh nix seh nix seh nix sehr gut viel kann es ja nicht mehr sein koffeis viel kann es ja nicht mehr sein Okay. So, mach. Stopp. Ah, da noch. Aber wir haben das schon mal, äh, in die Höhlen schon mal weggemacht. Das heißt, wir können jetzt rausgehen. Und das mal, halt, wenn du angreifen. Wir lassen es mal sein, wir gehen mal zurück. Gehen mal zu den Jungs hier. Gucken, ob die den Weg da rausfinden. Müssten sie eigentlich. Von automatisch. Dann kann ich mit denen jetzt nämlich... Nein, Jungs. Mal, mal alle mal weg hier. Ja, ja, da sind wieder Feinde. Na, Jungs. Okay, ihr lauft durch. In Ordnung. Ihr seid fix unterwegs. Wir sind bereit, Herr. Ja? So, mit denen gehen wir dann hier in die Höhle rein und versuchen, uns da weiter durchzuschlagen. Na, Ademann hoch. Ja, Herr. Rein hier. Infanterie, auf der Bewegung. Na, Infanterie? Hostile Unit spottet. Any orders, Herr? Okay. Attack! Feuer in der Feuer! Infanterie bereit? Ja, Herr. Okay, der ist... Der Mörser ist schon wieder leer. Auf der Weg. Der Mörser ist schon wieder leer. Der Mörser ist schon wieder leer. Den warten wir jetzt mal rüber. Gehen wir? Infanterie, die Beobachtung. Infanterie, gehen wir weiter? Scheiß TNT hier, das ist gefährlich. Feuer! Feuer! Target in der Feuer! Killen! Hab schon! Target destroyed! Ei, 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 ei! Ja, der ist auch leer. Geht, Herr. Truck reporting für Dutung. Bereit zu attacken! Ja, komm schon! Ähm, bambambambamba, wo ist denn das für ein Versorgungsfahrzeug? Orders? Warten. Okay, mit denen gehen wir noch mal rein. Infanterie geht's? Ja, Sir! Infanterie, auf den Weg! Bereit für die Krieg! Geht's, Sir! Ja, Sir! Okay, da haben wir Medics dabei, das ist gut. Affirmativ! Transport bereit! Bereit für attacken! Ja, so langsam geht uns der Sprit auch aus. Okay, da hätten wir noch Versatzung über. Ja? Ja! Okay, stellt euch mal ein bisschen auf. Alle Mann bitte mal aufstehen. Okay, wir haben jetzt zwei Richtungen noch. Infanterie geht's? Feuer! Feier! Infanterie, auf den Weg! Gehen wir erstmal da ein. Attack! Na komm! Feuer! 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 Na komm schon! Feuer! One more bites the dust! Oh! Übel! Übel! Ihr habt's geschafft! Und drei silberne Sterne immerhin! Das ist ordentlich! Wow! 26. 26. März 1945. Die Schlacht um Iwo Jima war einer der härtesten Kämpfe dieses Krieges. Es ist kaum mehr als ein Vulkan, der aus dem Meer ragt. Da es für die Japaner ein wichtiger Stützpunkt ist, wurden die Marines dorthin geschickt. Unsere drei Divisionen wurden, als sie am Strand im Süden der Insel landeten, direkt sehr herzlich begrüßt. Die Aschestrände des Vulkans lassen sich nur schwer besteigen und die Japaner verteidigen ihre Position meisterhaft. Wer immer für sie verantwortlich war, hat gute Arbeit geleistet. Auf der ganzen Insel befinden sich miteinander verbundene Tunnel, Bunker und Schützenlöcher. Es war ein schrecklicher Weg. Immer, wenn wir glaubten, ein Gebiet gesichert zu haben, tauchten weitere feindliche Soldaten auf. Aber unsere Größe trug uns voran. Ein großer Angriff brach ihre Truppen auf und wir hissten unsere Flagge auf dem Suribachi im Süden der Insel. Wir stießen gen Norden vor und nahmen erst die Flugplätze, dann die befestigten Berge ein. Wir hatten auf alles, was die Japaner auf uns feuerten, eine Antwort. Unsere Verluste waren gering. Der Mut und die Entschlossenheit der Infanterie starren wirklich heraus. Sie stieß die gegnerischen Truppen mit beharrlicher Tapferkeit Schritt für Schritt zurück. Die Japaner kämpften tapfer bis zum Schluss, aber letztendlich waren sie unseren Kräften unterlegen. Ihr letzter Zug war ein Angriff bei Nacht, der uns alle überraschte. Etwa 300 ihrer Soldaten griffen uns an und fügten uns vor ihrer Niederlage deutliche Verluste zu. Doch mehr hatten sie nicht zu bieten und die Insel gehörte endlich uns. Ich hoffe, dass das die vielen toten Marines wert war. Ja, und damit haben wir die amerikanische Kampagne durch. Geile Nummer gewesen, geile Mission. Teilweise auch ein bisschen fordernd, zumindest auf den normalen Schwierigkeitsgrad, den ich privat gezockt habe. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einstellt auf Seiten der Japaner. Und hinterlasst doch einfach mal Comments, ob ihr eventuell noch das Afrika-DLC-Desert-War sehen wollt und Finnland-Winter-DLC einfach hinterlassen und dann wäre ich jetzt für euch auch noch let's playen. Ansonsten sehen wir uns wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däubchen und macht's gut. Ciao, ciao! 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 Ciao!